Hetzner Online setzt höchste Maßstäbe in Hinblick auf eine unterbrechungsfreie Stromversorgung für Kundenserver und Infrastruktur. Um die Stromversorgung der Rechenzentren sicherzustellen, beziehen wir unseren Strom redundant vom Netzversorger. Die Energieversorgung erfolgt mit einer Anschlussleistung von jeweils 20 Megawatt und wird über zwei getrennte Trassen vom unmittelbar benachbarten Umspannwerk über Verteilstationen an die Transformatoren geleitet. Die Niederspannungshauptverteilung sorgt mit einem redundanten AB-Schienenkonzept für eine noch höhere Verfügbarkeit der Stromversorgung. Bei zeitlich andauernden Ausfällen übernehmen Netzersatzanlagen die gesamte Stromversorgung der Rechenzentren. Zwei Dieseltanks mit jeweils 100.000 Liter Fassungsvermögen garantieren eine autarke Stromversorgung über längere Zeiträume. Zur Überbrückung der Anlaufzeiten der Dieselaggregate dienen modulare USV-Anlagen, die dank dem N plus 1 Prinzip in der Lage sind, selbst bei Ausfall eines Moduls die Stromversorgung sicherzustellen. Den Anlagen sind jeweils Batteriekapazitäten zugeordnet, die eine Aufrechterhaltung des Betriebs bis zu 15 Minuten gewährleisten. Die USV mit einer Gesamtnennleistung von 1600 kVA je Rechenzentrum filtert Spannungsschwankungen und kurze Unterbrechungen der Stromversorgung heraus und schützt so das empfindliche Server-Equipment vor Ausfall. Eine umfangreiche Installation von Messgeräten ermöglicht die Ermittlung des Energieverbrauchs sowie die Analyse der Netzqualität in Echtzeit. Eine fernauslesbare Software berechnet dabei wichtige Kennzahlen und zeigt Optimierungspotenzial auf. Durch den nachhaltigen Einsatz von Energieeffizienztechnologien und der Verwendung von 100% regenerativem Strom aus Wasserkraft schonen wir darüber hinaus die Umwelt. 하는 Untertitelung des ZDF, 2020